Und willkommen auf die Ringgoal. Breaking News. Enrico Maaßen, der Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, also der U23, soll laut BILD zufolge kurz vor einem Wechsel zu FC Augsburg stehen. Zwar hat der BVB gesagt, dass man sich mit Enrico Maaßen darauf geeinigt hat, dass man zusammen mit ihm in die neue Saison geht, aber es war eigentlich sehr offensichtlich, dass Enrico Maaßen, dass man ihn nicht mehr wirklich in der zweiten Mannschaft packen kann. Er gilt als sehr hervorragender Trainer, hat eben auch den Aufstieg letzte Saison geschafft und auch den Klassenhalt in der dritten Liga. Aber jetzt ist wahrscheinlich auch sein Zeitpunkt gekommen, wo er gesagt hat, okay, Marco Rose ist weg und man hat sich dann doch für den Terzich entschieden. Und dann denkt er sich jetzt selbst, er muss seinen Weg gehen. Bis jetzt hat er nur Regionalliga und dann eben die dritte Liga trainiert. Mal schauen, wie er in der Bundesliga klarkommt. Ich sehe ihn auf jeden Fall als einen guten Trainer. Mal schauen, ob es dann wirklich mit dem FC Augsburg was wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht ist er in Zukunft dann auch wieder mal ein Kandidat bei Borussia Dortmund. Ich hoffe aber, dass er seinen Weg gehen wird, mit Augsburg erfolgreich spielt, die Klasse erhält. Und ja, das war ein kurzes, knappes Video jetzt, weil ich habe die neuesten Informationen. Jetzt ist keiner bewusst sein, dass ich während das Video eben gerade aufnehme, dass es schon offiziell bestätigt wurde von Seiten dem FC Augsburg. Was man auch noch zusätzlich erwähnen muss, ist halt, dass er Trainer bei Rödinghausen war für zwei Jahre. Insgesamt von 2018 bis 2020. Theoretisch eigentlich auch aufgestiegen ist. Rödinghausen, die Saison ist ja dann 2020 wegen der Covid-Pandemie ja gestoppt worden. Und dort war man auf dem ersten Platz in der Regionalliga West. Das Problem war nur, Rödinghausens Investor wollte eben nicht die Lizenz bezahlen. Und man hat sich dann dagegen entschieden. Und deswegen hat Enrico Maaßen gesagt, okay, ich verlasse den Klub. Ist dann Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund geworden. Hat sehr aus- oder schön Fußball spielen lassen. Mal schauen, wie das Ganze dann in Augsburg funktioniert. Dann auch im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Sowohl der FC Augsburg als auch Enrico Maaßen gehen auf jeden Fall ein hohes Risiko ein. Aber dieses Risiko soll auf jeden Fall belohnt werden. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Video oder generell zu Enrico Maaßen. Findet ihr, dass es der richtige Schritt ist? Oder sagt ihr, dass er doch bleiben wird oder bleiben soll, um weiterzureifen? Oder sagt ihr, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu wechseln? Lasst uns fleißig unter den Kommentaren diskutieren. Schaut auch gerne auf meinem Kanal Diri Mania vorbei. Lasst auch hier gerne ein Abo da, um in Zukunft keine Videos mehr auf Diri Gold zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Diri Akos.